jetzt genau jetzt hallo und willkommen zu call of duty wir sind heute in einer kleinen gruppe der floh ist sogar noch beim runterladen also bisher haben es nur dirk und ich geschafft weil es ist heute der 24 erste weil ihr seht ja die folgen viel später und ja leider hat sich ja activision überlegten update zu machen ein 40 gb update woran jetzt sie dann knabbern herrschaft ja wie immer der freeze am anfang ja das ist diese ja 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 Ich hab doch hier wieder mal die Lautstärke geklackt Doch, da hat mich einer erschossen Ich hab schon gemacht, ich muss das tun Warum sagt sie? Oh nein Mann, wirklich wie ich das hier Schöpfe So ist das, schnapp Ich bin jetzt schon zweitem aus dem All-Wettbewerb. Alpha wird gesichert. Alpha wird gesichert. Du hast die Führer verloren. Die Drohne in der Luft, starte Überflug. Aha, das Ding ist wahnsinnig wohl, dass der Kursbruch die Pfeil gemacht hat. Ich bin jetzt falsch. Ja. Feindlicher Marsch verkörpert. Da kommt die Hand. Ab 2. Herr Robert, die Klinik zurück. Feindlicher Marsch verkörpert. Der Marsch verkörpert. Rüder Charlie, mit Unterstützung. Samstag! Kusschau! Der Marsch werdet weiter. Super, wir würden den Teil dann los. Der drüchende Drohne in der Luft, startet sicher. Falsch, gar nicht. bravo 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 Das ist Bravo, ganz klar. Ah, das steht jetzt auf der Schlacht, ey. Wenn wir ja auch mal anderes verdenken würden, den B-Punkt zu holen, dann... Aber jetzt sind ja... 50 Schufen... und noch 2 von den Punkten. Ey, er ist mit explodiert, selber schuld. Ich bin schon wieder mit explodiert. Ziemlich gut. Also diese Exklusiv-Pfeile, wenn die Gegner zu nah dran sind, dann explodieren die einfach nicht. Und deine Kumpels natürlich auch. Ja. Ha, die Karten sind so süß. Ja, Staffel sind im Laden, 2.000. Sie haben die Hälfte geschafft. Bewegung! Feindliche Kiste! Herr Wohle, Schrauben! Und dann wurde es Kraftwacht. Bravo, wir müssen die Kiste! Ja! Na, wo ist das? Das ist ja. Das ist ja... Oh, was ist denn? Oh! Was ist denn? Oh! Ah! Und dann kommen Sie... Da wo sind sie... Wir sind bei Alpha, gebt Unterstützung. Wir sind bei Alpha. Ja, aber wir sitzen nur auf einer Flagge. Wir sind bei Alpha. Wir sind bei Alpha. Die Positionen angreifen. Wir fangen zurück. Das kann doch nicht sein. Wir nehmen Alpha ein. C wird gesichert. Feindliche Drohne über uns. Das ist wieder ein. So ein Schwachsinn. Ich kann doch nicht noch was dafür, weil der spawnt ja einfach. Das hab ich ja auch schon gehabt. Ich kann einfach spawnen. Spawnen wir genau mit welchem Punkt mit dem anderen Stütz. Feindliche Marsch in der Karte. Wir sind bei Alpha. Wir sind bei Alpha. Zwei Ziele verloren. Bravo wird gesichert. Ah, fast gehabt. Fast gehabt, verdammte Kacke. Fast gehabt, verdammte Kacke. Ja, der liegt unten an der Flagge. Das ist ja mal wirklich tief. Offenblick. Wir sind bei Bravo, hier sind dann schön. Feindlicher Schlafner Schlag. Feindliches Schindgeschütz auf dem Schlagfeld. Am Weg. Ich bin wichtig, dass er mitten am Beschütz. 2B unterstützen. Wir haben den Bravo verloren. Wir sind beim Bravo. Auf dich! Auf dich! Ich folgier' ich erstmal die Lautstärke. Ich bin nicht so schlimm. jetzt könnte uns wieder auch hören ja sorry wieder wieder auch da kann man jetzt auch wieder ich habe es bald geschafft zu gratis echt jetzt aber jetzt auf der selben seite ja 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 okay die land ist sozial aber jetzt scheinen wir nicht mehr in der gleichen gruppe zu sein kann also wo du stehst nicht bei mir in der liste aber war doch gerade auch ja lad mich noch mal ein die ganze aus heute hat gerade umgescheidt wir doch aus wie gehst du kommst da raus kommt gar nicht raus Ja gut, dann muss der Dirk die eine Runde jetzt spielen. Das ist ja nochmal so. Dann würde ich sagen, ich unterbreche mal die Aufnahme an dieser Stelle. Echt? Ja, echt jetzt. Das ist lustig für die Leute. Ja, bestimmt. Die ganze Zeit ist auch so oft zu sehen. Dann schlaten wir gleich nochmal neu in die Folge ein. Nehme ich gleich. Ja, wir kommen zurück. Wir sind wieder im Spiel. Dirk hat seine Runde zu Ende gespielt. Deswegen, jetzt sind wir tatsächlich in a party. In a party. In a party. Hit me baby. Gib mir einen Beat. Aber die Armbrust ist wahrscheinlich nur, wenn du auch das Ding hast. Oder kannst du den auch so. Keine Ahnung, ob das immer mit dem Busy auf meinen Kopf gestattet ist. Oder ob du das erst ablösen musst. Ich weiß nicht, ob mein Skop ist. Oder ob das Skop ist hoch. Und direkt Richtung 10 oder was machen wir mal? Ja, kann man machen. Herrscher! Erobert und verteidigt die Ziele. Alpha wird gesichert. Ich habe hier noch Freeze. Wie immer. Alpha wird gesichert. Geht's weiter? Ich bin tot. Bravo wird gesichert. Wie bist du tot? Ja, weil ich schon bei C war. Wo sitzt er denn? Äh, links im Tunnel. Ich beschütze dich. Wir nehmen Bravo ein. Ich bin bei dir. Kontakt! Kein Dach, der mich laden. Ihr werdet bei B gebraucht. Wir haben B verloren. Schleimt. Charlie wird gesichert. Wir halten Charlie. Oh, 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 oh. Der schießt schon den Arsch auf mich. Ich bin gefragt. Alpha wird gesichert. Wir haben die Kontrolle. Wow, das ist der Lug bei Alpha. Feindliche Drohne über uns. Oh, Alpha wird eingenommen. Wenn wir hier weggehen, haben wir die. Okay, dann bleiben wir hier. Alpha wird gesichert. Aber keiner holt A. Beide sind in Führung. Gib Gas. Bleibst du hier, dann sehe ich. B wird gesichert. Oder andersrum. Ja, soll man nicht überhaupt zu zweit laufen. Mhm, sehe ich genauso. Also wir haben jetzt E, B. Wir haben Bravo eingenommen. Also ich habe den rechten Tunnel. Ich weiß nicht, wo du bist. Ihr werdet bei Bravo gebraucht. Wir sind in Führung. Wir haben B verloren. Beide sind in Führung. Gebt Gas. Ich komme vom Tunnel aus. Halt mich gleich. Ich habe immer nur fast, aber stürte mich. Ich werde von hinten. Bei dir auch. Ich habe einen Tunnel ausgescheitelt. Da im Tunnel ist noch einer. Aber mit Schnelldusten. Wir haben Alpha eingenommen. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße. Ah, der kam von links. Da hatte ich keine Ahnung. Ich hätte eine zweite Aufstellung. Ah, super. Hat mich. Das Team bei Charlie unterstützen. Ich bin unterwegs. Kommt bei mir nicht zu lassen. Freunden, wir schuzen. Banate. Ah. Scheiße, ist nach rechts gegangen. Das war doof. Wo bist du? Weit am Höhleneingang. Hab den Typ geholt. Okay. C wird gesichert. Feindliche Drohne über uns. Ihr werdet bei A gebaut. Wir haben Charlie eingenommen. Ich gehe nach oben. Okay. Okay. Oh, scheiße. Da habe ich mal gerade nach links geguckt. Kommt einer von der Höhle. Fahre. Wir haben die Kontrolle. Wir halten zwei und haben den Vorteil. Feind bei den Höhnern. Drohne kommt. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Vater beschafft. Feinde bei Charlie. Los. Feind am Höhleneingang. Er ist gleich tot. Reichsbrenner. Ihr werdet bei Charlie gebraucht. Kommt noch einer von hinten. Er ist in der Höhle. Feind bei den Höhnern. Er ist in der Höhle. Ah, scheiße. Werde ich bis zu spät gesehen. Feinde bei Charlie. Los. Ich habe nach links geguckt. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Ja, haben wir es wieder. Feinde bei Alpha. Los. Wir haben die Kraft geschafft. Kämpft. Wir haben A verloren. Verbündet das Geschütz online. Bravo wird gesichert. Weit bei der Hauptstraße. Wir haben Bravo eingenommen. Lade nach. Von mir kam einer. Der ist aber tot. Da. Es bewegt sich was. Zweite beschuld. Wo kommt der? Ach da. Wir erhalten zwei und haben den Vorteil. Ah, scheiße hat mich. Von Brücke. Von Brücke. Unterstützen. Ich bin noch da. Ich bin bei B gestorben. Das Team bei B unterstützt. Ups. Ich musste gerade mal B wieder. Ich bin noch da. Wo waren die denn? Ah, hinter mir. Scheiße. Ihr werdet bei Bravo gebraucht. Wir nehmen Alpha ein. Wir haben Bravo verloren. Alpha gesichert. Oh, wie sind wir da? Feind am Höhleneingang. Von mir ist einer auf. Ja. Ach nicht. Ich bin tot. Ich habe ihn. Einer tot. Drohne fliegt. Wir halten zwei und haben den Pfund. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radar drümmend gestartet. Feind übernehmen Alpha. Oh ja. Wir haben A verloren. Ich bin bei dir. Ich habe den Eingang. Feindliche Vorräte nähern sich. Feindliches Schildgeschütz auf dem Schild. B wird gesichert. Feindlicher Marsch. Körper im Anschluss. Ja, ich bin da. Auf bei mir. Wir haben Bravo eingenommen. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Feindliche Vorräte nähern sich. A wird gesichert. Brauche Verstärkung bei Bravo. Wir müssen nur halten. Dann ist wir einer durch den Tunnel wahrscheinlich. Feind bei den Hühnern. Wir halten Alpha. Da müssen wir jetzt ein gleich. Sie sehen nicht. Aber ich bin jetzt auch oben auf dieser Klippe. Ich habe den Auto schon mal da gesehen. Ich werde auf jeden Fall unters fliegen. Ich habe nur eine Granate geschmissen. Feindlicher Klautterschlag im Ampflug. Feind bei hinten. Hintergung. Warte. Wir halten die beiden Ampflug. Wir zerschmettern sie weiter so. Von hinten. Feindliche Drohne über uns. Wir verlieren Alpha. Bravo wird gesichert. Wir halten alle Ziele. Das Team bei A unterstützen. Ja, okay. Alles klar. Wir haben gewonnen. Das war unser Tag. Soll wollen wir nicht wieder einmal holen. Aber der hat leider... War ein bisschen später. Also so spielen wir ihn also taktisch, glaube ich. Ja, genau. Also wie man sieht, das Ding ist auf jeden Fall tödlich. Ja, mit dem ersten Schuss. Ich weiß. Das war auch ganz sehr strategisch gut gebrauchen. Ja, deswegen C und A sind eigentlich viel besser zu halten als B. Deswegen. Also taktisch gesehen muss der auf jeden Fall eher auf die beiden Punkte gehen als auf B. Ja, die sprallen dann ja automatisch an B. Also wenn die Waffe ist so ein bisschen. Ein bisschen mehr Schaden machen und mehr Rückschlag hat, dann ist die gar nicht schlecht. Also noch einstellig. 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 Ah, sehr gut. Äh. Wie? Ja, unter 10 GB. Ja, ja. Ja, ja. So, direkt B oder was? Mhm. Direkt B. Herrscher. Erobert und haltet die Ziele. C wird gesichert. Wir haben Charlie eingenommen. Wir nehmen Waffe. Wir sind eine Granate. Wir haben die Kontrolle. Verbündete Drohne online. Von hinten, von hinten. Zwei Mann. Eure immer noch. Granate bei mir. Er hat mich fast gehabt. Oben ist einer. Einer weniger. Ja, der hat mich kommen hören. Ah, hinter mir. Äh, ist noch einer oben drin. Zwei Ziele gesichert. Ja, auf der einen Seite. Vorher, dass ich ihn bei Bravo unterstütze. Hier oben rum. Wir nehmen Alpha ein. Wo bist du? Wir haben Charlie verloren. Charlie wird gesichert. Wir nehmen ihn bei Alpha gebraucht. Wir haben Alpha verloren. Zwei im Zentrum. Charlie gehört uns. Kommt einer rein? Grat. Ich bin geblendet. Ja, die Sau hat mir gerade, äh, oben ist einer drin. Ach, einer saß noch oben. Ja, einer saß noch unten. Den unten hab ich erwischt. Auf Teilhahn nehmen Bravo ein. Wir nehmen Alpha ein. Bereithalten. Wir nehmen Bravo ein. Wir haben zwei. Wir haben Bravo verloren. Oh, scheiße. Ich kann mich genau um die Ecke gelaufen. Wo bist du da? Dort. Er tot weiß ich, aber wo? C. Kommt vor C. Wir verlieren Alpha. Lade nach. Er hat da schon oben drin zu sitzen. Wir haben A verloren. Verbündete Vorräte. Der Oben ist weg. Ich bin zuge. 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 Wir nehmen Bravo ein. Bravo gehört uns. Feinde. Ah, wieder oben. Wieder oben. Feuer frei. Ihr werdet bei B gebraucht. Ah, wieder oben. Okay. Wir sitzen im linken Gebäude am C. So, ein paar Schüsse im Schiffgeschütz kriege ich mir. Weit am Lagerhaus. Wir nehmen Alpha ein. Verbündete Präzisionsluftschlagen. Wir verlieren Boden. Wir haben C. C zu halten. Das ist keiner. Das ist schon einer. Ich bin von hinten erschossen worden bei B. Ich bin von hinten erschossen worden bei B. Du das hast. Du musst niesen. Feind am Reifengeschäft. Ah, nee. Der Rücken hat es nicht. Wir verlieren Alpha. Bei C wieder. Ja. Wir haben A verloren. Wir verlieren C. Okay, wo war der? Bravo. Aha. Das war aber ein Glückstreffer. Passt. Oh, gerade erschossen worden. Hätte er ein paar Minuten später geschossen. Hätte mich nicht gesehen. Wo ist der? Ganz am Ende. Feind hält zwei Ziele. Er obert sie zurück. Ziel! Ziele! 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 Oh, da war ich zu langsam. Hm. Wollt grad die Granate zurückwerfen. Ich hab kein Rad mehr mit mir gespülen. Scheiße, C wird eingenommen. Sicher diese Positionen. Wir werden beherrschen. Da sitzt einer von uns jetzt oben im Häuschen und holt die Flagge nicht. Feindliche Drohne übernommen. Feindliche Drohne übernommen. Wir nehmen Charlie ein. Wir nehmen Charlie ein. Wir haben Charlie eingenommen. Wir haben Charlie eingenommen. Nächste Idiot, der hat die Regeln nicht verstanden. Wir haben die Führung verloren. Ich bin bei dir. Wir haben die Führung verloren. Feindliche Drohne übernommen. Ich bin bei ihm. Die muss ich rein. Ah, unten drin ist einer. Ich bin bei C ist okay. Irgendeiner von uns muss bei C bleiben, sonst holen die das immer wieder. Fack mich. Wir werden feindlicher Klasse schlag ihm einflug. C wird gesichert. Auch den, die Armenbrust. Ziel am Boden. Wir haben Charlie eingenommen. B wird gesichert. Wir haben Bravo eingenommen. Das Team bei C unterstützt mich. Ey, wir sind wieder allein gekommen. Die Feinde haben Charlie. Ich habe B. hier. Wir nehmen Alpha ein. Bereit halten. Ja, aber klar. Charlie gesichert. Das Team bei B unterstützt mich. Ja, aber klar. Da bis dahin geblendet. Super. Boah, sind wir bei C, ne? Immer Beta C wird gesichert Oben ist wieder einer bei B Und C ein Versuch irgendwo wieder zu starten Ich bin gerade bei Alpha Was ist eigentlich ein Scharfschützengewehr? Ich bin auch unterwegs auf C Das ist ein schöner dober Typ, da würden wir da Ah, ist geschehen Ich auch, ich glaube von der anderen Seite Jungen, es ist Rechts hinter dem Container sitzt einer Wie doch schon wieder mit der Armbrust Damit haben sie sich ja wieder hingefallen Hier tarn die Idioten Hast du ihn? Nee Zwei, Absage Achtung, da war es wieder einmal nach rechts Zwei, zwei Ziele, erobert sie Laud ihr nach Feind am Büro Wir fallen zurück, neu gruppieren Bravo wird gesichert Wir halten bravo Wir halten bravo Da Ich bin der letzte kill ab Ich bin der letzte kill ab Die Handgranate, wie wir mal zurückschmeißen wollen Aber ich mache das immer zu spät Na gut, aber sah ich schon gut aus Mit Sicherheit Ja, ich bin nicht letzter Aber ich Aber ich sehe es noch nicht Ich habe einen Laser gekriegt Das so gut Das so gut ist für die Waffe Hast du auch als Moody hier nicht nur Herrschaft, sondern auch Hauptquartier? Ja Ja, ich habe alles drin Okay Außer Team Bestmatch Sehr gut Das war auch nochmal was anderes spielen Ja, ich hoffe das jetzt mal was anderes Ja Aber es kommt ja wieder Herrschaft, so wie das aussieht Oh, ich muss die Folge beenden Mehr gibt es dann morgen zu sehen Ich wünsche euch einen schönen Restabend Bis dann, tschüss Dann, tschau Dann, tschüss